So Freunde, Willkommen bei For Honor. Wir versuchen mal was zu reißen. Mal schauen wie es klappt. Ich habe schon mal so 1 gegen 1 und 2 gegen 2 gespielt. Bei mir hat es nämlich rumgespackt. Sag ich mal so, die Lobby und so. Ah, das ist For Honor. Wir sind die roten Kämpfer gegen die blauen. Wir sind Wikinger. Wir sind... Alter! Alter, die Drecksau. Na, ich bin tot. So schnell geht's. Beleb mich wieder, beleb mich wieder. Ja, respawn, klar. Dauert halt ein bisschen. Aber mal schauen, ich habe bis jetzt noch nicht viel gespielt, deswegen auch nicht so die Skills. Ähm, diese ohne Zeichen sind diese Minions. Die kann man so wegklatschen. Man muss aufpassen, dass die nicht da auch wegklatschen. Aber jetzt laufen sie nach da hinten. Jetzt sind sie zu zweit. Ja, zu zweit kannst du nicht viel machen. Außer sterben. Ja, zwei davon machen irgendwie Kills. Ich wurde wiederbelebt. Das ist natürlich schön. Na, jetzt wollte ich ihn exekutieren, habe aber zu spät gedrückt. Da vorne laufen noch welche. Man kann dann hier so die Minions auch wegklatschen. Die sind halt da, damit die Schlacht schlachtig aussieht. Da kann man auch mal richtig reinhämmern. Oh, ich habe Kill gemacht. Kipps ja nicht. Das muss ich aber mal nach hinten. Um mir auch mal wieder ein bisschen Life zu holen. Beziehungsweise ihn mal hier ein bisschen anzuh- Aua! Oh, jetzt habe ich unseren Ei angehittet. Aus Versehen. Aua! Hit von einem Teammate bekommen. Heilung, Heilung, Heilung. Hier gibt es Heilung. Ich muss mich erst mal heilen. Das ist nämlich ganz wichtig. Er hat Heilung dabei. Minions klatschen! Ein bisschen aufräumieren, Pudding. Zone C verloren. Wir haben Zone C verloren, aber ich gehe mal hier hoch. Ich will mir das ganze Elend-Magen gucken. So sieht das Game aus. Das ist eigentlich ganz geil gemacht. Ich versuche mir jetzt Punkt A zu holen. Ganz alleine. Zone A eingenommen. Okay. Obwohl ich geblockt habe, ne? Aua! Tot. Schade. Und! Geköpft wurde ich auch noch. Zone A verloren. Das ist natürlich ein bisschen doof, aber wisst ihr mal. Also bis jetzt... Wir haben bis jetzt mehr Punkte, aber wir brauchen noch ein paar mehr Dingers. Also grafisch, spielgeil, kämpferisch müssen wir natürlich noch ein bisschen üben, ne? Zone C eingenommen. Na, aber sowas von. Töte ihre Helden. Töte ihre Helden. Oh, die Drecksau, das ist ja ein richtiger, der fällt gar nicht auf zwischen den ganzen Kleinen hier. Das Schlimme ist, wenn mich die anderen anhitten, ne? Das ist natürlich nicht so schön. Wieder C verloren. Wieder C verloren? C ist doch da oben. Dann geh ich mal hoch. Ich kann ihn gar nicht blocken. Ich hab keine Ausdauer gehabt. Zone C eingenommen. Da haben wir jetzt mal zugemacht. Aber ich hab mal einen richtigen, vernünftigen Kampf gehabt. One on one. Aber ich hab gewonnen, weil er keine Ausdauer mehr hatte. Nur mal so nebenbei. Das war mein Power-Move. Kann man mal machen. Alter. Habt ihr das gesehen? Sieg. Jawohl. Mal gewonnen. Ähm, wir haben nicht viel gemacht. Wir haben drei Ziele geholt, fünf Kills gemacht und viermal gestorben. Jetzt kriegst du so eine Belohnung für deine Waffen und so weiter. Die kannst du dann benutzen. Oh, Level 2. Kompass-Design. Kompass-Design. Vielen Dank.